Na, verarscht. Das Radio sammeln wir aber jetzt noch ein. Komm her, um den Stuhl rum. Der Stuhl ist der Endboss. Okay. Darf ich das Radio jetzt nicht aufheben? Pff, dann hebe ich es halt nicht auf. Leck mich am Arsch. Equippen wir uns erstmal mit der Knarre. Das war der falsche. Da wollte ich hin. Dankeschön. Äh, nein. Equip. Thanks. So, wer will ein paar? Na, gehen wir mal raus. Telefon für Harry Balls. Was ist das? Pass auf. Hm, Radio. Was ist mit dem Radio? Wow, 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 wow. Hallo. Ich schnapp dir das Radio. Okay. Heißt, lauf Harry. Lauf, verdammt. Ey, geh weg von mir. Ah, nein, nein, lass mich in Ruhe. Was für den ekelhaften, sagtest du mich da gerade? Lass mich in Ruhe, hab ich gesagt. Ah, ah, ah. Junge, kein Quickturn-Button oder was? Stopp. Lauf, Harry. Lauf. Oh, lass mich noch in Ruhe. Oh, das war nicht falsch, das. Ich bin tot. Nein, ich bin noch nicht tot. Yay. Komm schon, Harry. Mach jetzt keinen Läppchen. Ja, ich glaube, ich sollte mich heilen. Boah, du Drecksvieh. Boah, na endlich, ey. Okay, ich denke, ich werde nach den Erfahrungen gerade, ich stehe gerade voll auf seiner Birne, geil. Äh, nach den Erfahrungen gerade, äh, er hat auf, das schien. Ich werde am liebsten verzichten, denn ich bin da ungefähr so begabt drin wie, äh, ja. Eine Möhre. Aber ich finde, das passt irgendwie und charakterisiert die Silent Hill-Reihe auch so ein bisschen. Hier musst du gerade alle meine Tunik aufberaten für die Scheiße. Das charakterisiert aber auch die, ähm, die Kämpfe in Silent Hill. Genau wie in Silent Hill 2, ist auch in Silent Hill 1, äh, der Hauptcharakter, kein Soldat. Also ist es kein Wunder, dass er, dass er nicht weiß, wie man, wie man mit der Knarre umgeht. Und, ähm, deswegen ist es, ist es klar, dass Gunfights da nicht so die optimale Lösung sind. Deshalb. Ich meine, wir wissen nicht, was Harry Mason von Beruf macht, aber er ist kein Ex-Soldat. Von daher ist es gut, dass der Kampf so... Slitchy, glitchy, whatever ist. Egal. Wir juxten einfach mal raus, würde ich sagen. Zeit für Part Nummer 2 raus. Erster, erster Dinosaurierkampf im Jurassic Park überlebt. Die Staubung ist doch ein bisschen ungewohnt auf SNES-Controller. Ähm. Wo könnte Cheryl hingegangen sein? Ich denke, ich sollte diese Kessel noch einmal absuchen. Ja, voll die gute Idee. So, wo muss ich hin? Spiel, sag es mir. Hörla! Finney Street. Das lässt sich doch machen. Ich denke mit... Auch wenn ich die Orientierung einer Currywurst hab, äh, sollte das doch machbar sein. So. Ich denke, da muss ich die Straße hier hoch. Denn wie es einfach so ist, können Männer eine Karte... Auch, äh, drehen Männer eine Karte nicht, während sie die Karte lesen. Frauen machen das schon. Gucken wir mal ganz kurz nur, ob es hier irgendwas aufzusammeln gibt. Denn ich hätte gerne noch ein Tunikum, bevor ich mich das nächste Mal auf den Arsch lege. Ja, leckt mich doch! Außer, außer ein Gestöne von Harry bekomme ich jetzt nichts. Na super. Egal, dann laufen wir halt weiter. Tja, mir doch egal. Blue Bells. Okay. Ich finde es übrigens schön, dass die Straßen hier so richtig schön groß sind. Also so richtig schön breit. Aber es keine Streifen gibt. Außer diese Mittelstreifen. Das finde ich echt geil. Ich weiß nicht, was... Oh, oh. Ich weiß ja nicht, was für Panzer die hier fahren. Ich habe das Gefühl, dass das mein Radio ist. Wow! Ja, das war mein Radio. Lauf! Das klingt jetzt so, als wäre mein Ei fertig. Und ich glaube, wenn der fertig ist, habe ich auch Ruhe-Ei. So, wo sind wir denn hier? Ja, perfecto! Lauf, Harry. Ich habe keinen Bock auf Matsche-Ei. Da sind diese Mülltonnen schon wieder. Ach, nö. Nein! Ich will nicht. Ich glaube, da wird mir schon scheiß viel zu. Komm mal, du! Brontosaurus Velociraptor-Dings. Was auch immer du bist. Ich habe keine Ahnung. Ich sage ungefähr... Was bist du denn? Du bist der Hund! Du bist auch noch so ein Hund! Wow! Du musst doch noch fliegen! Also bisher ganz... Ja, haha. Die unsichtbare Barriere hinter dieser Tür hat sie aufgehalten. Ja, haha, haha. Ich Füchschen. So, Kameramann. Ich glaube, du solltest mehr Schiss vor den Hunden haben als vor mir, wenn ich ehrlich bin. So, wo geht es denn hier lang? War das nicht vorher noch ein Zaun, der mich nicht durchgelassen hat? Scheiß Zaun! Was zum Teufel? Hey, erstmal liegt die Munition. Oh, oh. Das heißt, nie was Gutes, wenn die Munition liegt. Jetzt hier wird schon auf. Das sind mehrere Pistolenpatronen. Mitnehmen? Ja, natürlich! Dankeschön! So, wir laden mal nach. Denn das machen wir immer im Menü. Äh, ja. Guck mal, eigentlich weiter, ne? So. Was ist denn hier los? Was bist du? Zur Schule. Ist das Cheryl-Sketchbuch? Hm. Sie ist zur Schule. Midwich Elementary School. Ich würde mal fast vermuten, dass wir da jetzt hingehen sollten. So, ganz, ganz heißer Tipp. Das muss meine persönliche Intuition sein, die einfach so genial ist. Ein Stahlrohr, mit dem ich noch schlechter kämpfen kann. Voll die geile Idee. Was bist du? Malbuchumschlag. Dieses Bild, das bin ich. Cheryls erstes Bild in diesem Malbuch. Dass ich hier... Das! Muss da nicht ein Doppel-S hin? Egal. Dass ich zum fünften Geburtstag geschenkt habe. Oder? Nee, kann auch so stehen bleiben. Ich, Idiot. Ich halte einfach mal die Fresse. So, wir laufen jetzt mal zurück. Und der Zaun lässt uns diesmal durch. Das finde ich sehr, sehr freundlich. Dankeschön, Herr Zaun. So. Dann würde ich sagen, laufen wir wieder an den Hündgens vorbei. Die uns so freundlich vorhin angeflogen kamen. Der wollte uns doch nur einen Schmatz ergeben. Der tut nix, der will nur spielen. Sie können ihren Arm auch gleich wieder haben. So. Ich will da nicht durch. Ja, aber ich muss da durch. Let's face it. Ja, ja. Alles klar. Ah! Mach noch eine größere Kurve. Wow! Ja. Du kannst deinen Sperr mal behalten, ey. Ich glaube, die Runde verfolgen mich. Was kommt bald? Ein Zombie fährt... Wo sind wir denn hier? Was bist du? Verratet mir. Fischen Fries. Alles klar. Pharmazie. Da muss es irgendwas drin geben. Nee, der gibt bloß Bilder von Elvis davor. Geil. Eine Bookstore. Oh, nö. Lass mich aber in Ruhe mit dem Scheißviechern. Okay, wir gehen die Finney Street runter, bis wir auf die Midwich Street kommen. Ich finde es toll, dass sie die Schule nach der Straße benannt haben. Boah, wieso bist du so schnell, verdammt? Ja, lass mich in Ruhe! Ah! Oh, hier geht's nicht weiter? Schätzelein, ich komm mich schon mal besuchen tun. Ja, alles klar! Alles klar, lang geh weg doch! Hau ab! Ich will nicht mit dir spielen. Ach so, du bist eine scharfe 22-Jährige. Scheiße, falsche Straße. Fuck! Ich glaube, bei dir piept's wohl! Oh, fuck'n Köter! Noch einer! Ah! Boah, die können fliegen! Einmal bitte, Curry, so dauer mit der Hund! Alles klar! Jetzt lauf, Herrina! Also ich muss sagen, das sind nicht so die Bluthunde, oder? Wenn die Verfolgung, wenn die Verfolgung ungefähr anhält für 5 Meter. Was zum Teufel? Hundehütte, Levinstreet. Okay, und was seid ihr? Unwichtig! Haha! Äh, okay, wo befinde ich mich denn gerade? Ja, 1A! Hundehütte, Levinstreet. Wo ist die denn? Levinstreet, da! Ach du Scheiße, aus der Straße komme ich gerade. Okay, ich habe, glaube ich, keine andere Wahl. Ich nehme mal, dass die Köter hier gemeint sind. Hoffen wir einfach mal aufs Beste. Schluck! Ja, alles klar. Alles klar bei euch. Hier. Ha! Ha! He, he, he! Der Hausflussl war in der Hundhütte versteckt! Ja, natürlich! Am Arsch lecken könnt ihr mich! Ich mache nämlich jetzt einen Bogen und gehe da jetzt gleich rein. Ich glaube, die folgen mir schon nicht mehr. Was für ein Hausflussl ist das denn? Kann ich den nicht untersuchen? Scheiße, bin ich fast tot! Habt ihr kein Tunikum für mich oder sowas? Das wäre nämlich echt scheiße, wenn ich jetzt sterben würde. Hoffen wir einfach mal aufs Beste. Ja, Kameramann, geh noch weiter weg! Bitte, 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 bitte! Oh! Oh, thank God! That actually worked! Oh! Medikid! Das läuft ja! Fantabulös! Das nehme ich auch jetzt direkt. Denn ansonsten kratze ich schneller habe, als ich fuck sagen kann. Oh, thank God! Und dann schauen wir uns doch mal dieses Heusken an. Was gefällt mir schon mal, dass ich da vorne wieder speichern kann. Was gefällt mir schon sehr. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich glaube, dass ich hier nicht der Einzige bin. Egal, sammeln wir erstmal auf und speichern, wenn wir mal. Guck mal jetzt! Nimm die Pistolenpatronen auf! Harry allein zu Haus! Krass. Jetzt nimm sie schon auf! Seien wir zu schüchtern, die tun dir doch nichts. Was haben wir sonst noch hier? Was macht denn der Fernseher? Das ist ja ein Fernseher, der Strom muss ausgefallen sein. Der funktioniert nicht. Dööö! So, wir speichern jetzt erstmal Was ich eine sehr gute Idee finde New safe Now shaving Doghouse Wir füllen uns also in der Hundehütte Die ist ziemlich groß Aber wer die Straßen gesehen hat, weiß, worüber er sich eingelassen hat Nichts brauchbares Okay, drei Schlösser Das sind drei Schlösser Das habt ihr mir jetzt gezeigt Aber das ist eine Karte, das gefällt mir Das ist Gefahrte Gehen wir doch mal das Kärtchen hier Keys for Eclipse Was sind wir hier bei Twilight oder was? Ich will nicht zu Eclipse, ich will auch nicht zu Breaking Dawn So eine Scheiße Ich habe jetzt noch meine Karte kopiert Ja, okay, na super Eclipse, ey Tunikum, das tut mir bestimmt gut Mal schauen, was im Kühlschrank so ist Der ungefähr Wie groß ist der Kühlschrank, bitte? Ich liebe es, wie sich einer wirklich Gedanken Darüber gemacht hat, wie er die ganzen Sachen im Verhältnis macht So, Zeit für einen riesigen Tisch Und andere riesige Möbel Mit hier irgendwas außer ein Tee-Service und Fenster was Alter, ist Harry ein Zwerg oder was? Es tut mir wirklich leid, aber ich finde es gerade einfach nur mega witzig So Ja, das Tisch ist ja abgeschlossen Ich habe doch gar nichts anderes erwartet Ha Ich habe das Gefühl, dass wir da hin müssen Ob wir da hinkommen Und was das mit dem ganzen Scheiß auf sich hat Das erfahren wir im nächsten Part Von Let's Play Silent Hill Blind Ich bin Andi Das ist Silent Hill Und ihr seid geil Bis nachher, Leute Let's happen Und Ich habe das mit dem Ich habe das mit dem Vielen Dank.